Die Bibel, Luther 1912 Der Prophet Obadia Kapitel 1 Dies ist das Gesicht Obadias. So spricht der Herr Herr von Edom Wir haben vom Herrn gehört, dass eine Botschaft unter die Heiden gesandt sei Wohlauf, und lasst uns wieder sie streiten. Siehe, ich habe dich gering gemacht unter den Heiden und sehr verachtet. Der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen, weil du in der Felsenklüften wohnst, in deinen hohen Schlössern, und sprichst in deinem Herzen Wer will mich zu Boden stoßen? Wenn du gleich in die Höhe führst wie ein Adler und macht es dann es zwischen den Sternen, dennoch will ich dich von dort herunter stürzen, spricht der Herr. Wenn die Be- oder Räuber zu Nacht über dich kommen werden, wie sollst du so zunichte werden? Ja, sie sollen genug stehlen, und wenn die Weinleser über dich kommen, so sollen sie dir kein Nachlesen übrig lassen. Wie sollen sie dann Esau ausforschen und seine Schätze suchen? Alle deine eigenen Bundesgenossen werden dich zum Lande hinausstoßen, die Leute, auf die du deinen Trost setztest, werden dich betrügen und überwältigen, die dein Brot essen, werden dich verraten, ehe du es merken wirst. Was gilt's, spricht der Herr, ich will zur selben Zeit die Weisen zu Edom zunichte machen und die Klugheit auf dem Gebirge Esau. Und deine Starken zu Themern sollen zagen, auf dass alle auf dem Gebirge Esau ausgerottet werden durch Morden. Um des Freffels Willen, an deinem Bruder Jakob begangen, sollst du zu Schanden werden und ewiglich ausgerottet sein. Zu der Zeit, da du wieder in Stand ist, da die Fremden sein Herr gefangen wegführten und Ausländer zu seinen Toren einzogen und über Jerusalem das Los warfen, da warst du gleich wie deren Einer. Du sollst nicht mehr so deine Lust sehen an deinem Bruder zur Zeit seines Elends und sollst dich nicht freuen über die Kinder Judah zur Zeit ihres Jammers und sollst mit deinem Maul nicht so stolz reden zur Zeit ihrer Angst. Du sollst nicht zum Turm meines Volkes einziehen zur Zeit ihres Jammers, du sollst nicht deine Lust sehen an ihrem Unglück zur Zeit ihres Jammers, du sollst nicht nach seinem Gut greifen zur Zeit seines Jammers. Du sollst nicht stehen an den Weg scheiden, seine Entronnenen zu Morden, du sollst seine Übrigen nicht verraten zur Zeit der Angst. Denn der Tag des Herrn ist nahe über alle Heiden. Wie du getan hast, soll dir wieder geschehen, und wie du verdient hast, so soll dir es wieder auf deinen Kopf kommen. Denn wie ihr auf meinem heiligen Berge getrunken habt, so sollen alle Heiden täglich trinken. Ja, sie sollen's aussaufen und verschlingen und sollen sein, als wären sie nie gewesen. Aber auf dem Berge Zion wird eine Errettung sein, und er soll heilig sein, und das Haus Jakob soll seine Besitzer besitzen. Und das Haus Jakob soll ein Feuer werden und das Haus Josef eine Flamme, aber das Haus Esau Stroh, das werden sie anzünden und verzehren, dass dem Hause Esau nichts übrig bleibe, denn der Herr hat's geredet. Und die gegen Mittag werden das Gebirge Esau, und die in den Gründen werden die Felister besitzen, ja sie werden das Feld Ebreims und das Feld Samarias besitzen, und Benjamin das Gebirge Gilead. Und die Vertriebenen dieses ihres der Kinder Israel, so unter den Kananitern bis Gen Zarpat sind, und die Vertriebenen der Stadt Jerusalem, die zu Sepharat sind, werden die Städte gegen Mittag besitzen. Und es werden Heilande heraufkommen auf den Berge Zion, das Gebirge Esau zu richten, und das Königreich wird es Herrn sein.